Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Tech Germany. Zu guter Letzt haben wir den Linksys MR9600, der für seine erstklassige Abdeckung und Geschwindigkeit bekannt ist. Er kommt auf eine 4 von 5 Sterne Bewertung. Mit Treeband-Technologie bietet er dedizierte Bänder für eine verbesserte Leistung und eine größere Anzahl an gleichzeitigen Verbindungen. Der Linksys MR9600 unterstützt den WiFi 6 Standard und bietet daher hohe Geschwindigkeiten und eine verbesserte Effizienz, ideal für intensive Anwendungen wie 4K-Streaming und Gaming. Die intelligente Mesh-Technologie ermöglicht eine nahtlose Erweiterung des Netzwerks, um eine umfassende Abdeckung in großen Häusern oder Büros zu gewährleisten. Die benutzerfreundliche Linksys App ermöglicht eine einfache Einrichtung und Verwaltung des Netzwerks sowie die Priorisierung von Geräten und Anwendung für eine optimierte Leistung. Insgesamt bietet der Linksys MR9600 eine solide Leistung und Zuverlässigkeit, die ihn zu einer soliden Wahl für Nutzermacht, die eine großflächige Abdeckung und hohe Geschwindigkeiten benötigen. Sein Preis liegt bei ca. 300 Euro. Abschließend bieten diese drei Router ohne integriertes Modem eine beeindruckende Leistung und Funktionalität für anspruchsvolle Anwendungen und große Netzwerke. Der Netgear Nighthawk AX12 glänzt mit seiner robusten Signalabdeckung und dem leistungsstarken Prozessor, während der ASUS RT-AX88U mit seinem eleganten Design und den fortschrittlichen Funktionen punktet. Der Linksys MR9600 überzeugt mit seiner umfassenden Abdeckung und der intelligenten Mesh-Technologie. Je nach den individuellen Anforderungen und Präferenzen kann einer dieser Router die perfekte Wahl für ein schnelles und zuverlässiges Interneterlebnis sein. Vergesst nicht, eure Anforderungen zu berücksichtigen und eure Recherche fortzusetzen, um den am besten geeigneten Router für euer Netzwerk zu finden. Natürlich hat auch jedes Gerät seine eigenen Stärken und Schwächen, sodass jeder für sich selbst entscheiden sollte, welches Gerät am besten zu einem selbst und dem eigenen Geldbeutel passt. Dafür haben wir euch alle Geräte in der Videobeschreibung für noch mehr Details verlinkt. Habt ihr euch schon entschieden oder gar schon eins der Geräte zu Hause? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns mitteilt, welches Gerät ihr bevorzugt und vor allem auch warum. Ich hoffe, dass wir euch bei eurer Kaufentscheidung ein wenig helfen konnten. Wenn ja, lass doch bitte ein Like da und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Das würde uns und dem Kanal wirklich weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.